Hey, nun, wie angekündigt zu Chohu 10 Demo, let's go! Eigentlich wird das Ganze noch von geilem Sound, und zumal den ihr leider nicht hören werdet, aber wenigstens könnt ihr die Hintergründe sehen. Ja, ich bin das jetzt auf easy. Nehmen nicht Marissa, sondern die. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ach, egal. Ich nehme einfach die erste Waffe mal. In der Hoffnung, dass sie gut ist. Fuck it, fuck it, fuck it. Okay, ja. Das Ganze ist blind. Außer der ersten Stage, da habe ich schon auch die erste Form von Endgegner mal angesehen, aber noch nicht den kompletten Endgegner. Aber ich weiß wenigstens, wie alles funktionieren sollte, wenn man Talent hätte, was mir fehlt. Obwohl diese Demo, na doch, also, locker heute noch beendet wird, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ich werde ja alles eigentlich mit einem Video machen, außer das dauert jetzt hier wirklich Unmengen Ports. Unglaublich viele, wirklich. Ich werde versuchen, also ich werde immer mal wieder eine Bombe opfern, sagen wir es mal so. Perfekt. Scheiße, jetzt habe ich mir das große Penis geholt. Ähm, naja, geil. Nose, nose, nose. Also, Leute, ihr habt mein letztes Video hoffentlich schon gesehen. Ich brauche Hilfe bei Toho 8. Ich möchte gerne die Vollversion spielen. Als Let's Play und auch selber. Aber im Moment geht das eben nicht so, ne. Okay, diese Form kenne ich vom Endgegner. Und sie ist sehr einfach, finde ich. Für meinen Geschmack. Geht's wirklich noch? Ja, okay, schon geschafft. Und ab jetzt wird's blind. Ich erinnere mich rein gar nicht mehr an das Let's Play. Also den ersten Part von Let's Play bei Emiro. Aber, ja, es geht noch. Ja, doch, es geht noch. Wenn man vorsichtig ist. Ja. Gut. So. Oh, what the fuck. Ist das... Ah, ne, es ging eigentlich noch, ne. Ja, geschafft. Dritte Form. Oh, hell. Vierte Form. Sieht schon mal nicht mehr ganz so nett aus, ne. Ähm, nein. Wirklich nicht. Ich hoffe, ich muss die dritte Stage jetzt nicht allzu oft wiederholen. Denn bis dahin geht das Demo. Die Demo-Version. Oh, 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 oh. Yeah, full power up. Ich hab kein einziges Mal ein Leben verloren. Cool. Aber spielst tatsächlich blind. Also da schaffe ich wahrscheinlich jetzt, denke ich mal, diese dritte Stage auch. Ohne weitere große Probleme, weil ich full power hab und full life halt. Eben. Und ja, okay. Diese kleinen Viecher werden mich natürlich auch killen, weil, wenn ich, wär's ja geradezu einfach. Aber das ist jetzt wirklich einfach. Oder kommt da noch was irgendwie? Ich meine, da wird dann noch was kommen. Aus E-Meros Let's Play. Oder? Ja, ja. Strahlen, 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 strahlen. Wow, 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 wow. Wow, wow. Nein. Fuck it. Okay. Yes. Okay. Ja, hier. Setz ich jetzt einfach mal eine Bombe ein. Ich halte's nicht unbedingt für falsch. Da ich auch full power hatte, geht's noch. Mal eine Bombe einzusetzen. Oh, fucking. Ja. Nein. Die Bombe war vollkommen unnötig. Oh, Leute, ich glaube, ich kratze doch noch ab in der zweiten Stage leider. Also, gut. Was heißt, ich kratze ab. Ich brauche ein Continue. Ganz so, wie es aussieht. Weil ich gerade wirklich mich dumm angestellt habe. Das war gar nicht nötig mal, ne? Aber es kommt noch kein Endgegner und ich kann mich aber auch nicht mehr lange aufrüsten. Nein. Naja, wenn ich den Endgegner hätte, der blind ist, ohne ein einziges Mal abzukratzen zu schaffen, ohne full power, dann, naja, wäre ja fast ein Wunder nötig, oder? Oh, mein Gott, das ist irgendwie... Ach, nee, nee, das geht noch, weil das so große Gegner sind. Ja, okay. Ähm. Ja, das sieht schon mal eher ungemütlich aus. Ja, doch. Ist schon eher ungemütlich. Eindeutig. Ach, mein Gott, im Moment habe ich einfach keinen Bock mehr auf so ein Server-Mobier, weil ich so viele Ports davon in letzter Zeit gemacht habe. Aber Tohu ist jetzt wirklich eine geile Abwechslung. Helf mir bitte bei Tohu 8. Meinetwegen, helft mir auch bei Tohu 10. Da spiele ich Tohu 10 die ganze Vollversion mal durch. Okay, das geht noch. Nein, nein, geht nicht mehr. Okay, doch. Ich hoffe es sind... Ich hoffe mal, das ist jetzt die letzte Form hier, ey. Wow. Wow, wow. Oh, oh mein Gott, wie bin ich denn jetzt gerade ausgewischen? Das war mal sowas von knapp. Komm jetzt, stirb! Los! Yes, sir. Oh, her, 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 her. Na, okay, okay. Hier ist eine große Lücke. Da ist auch eine große Lücke. Hier ist gar nichts. Deswegen erstmal eine Bombe. Nochmal eine Bombe. Geh kaputt! Yes! So, hier werde ich jetzt einfach mal absichtlich gleich abkratzen in der Next Stage. Aber ich würde sagen, ich habe mich gut geschlagen. Okay, gleich mal schön abkratzen lassen. Schießt! Schießt! Yes! Also, ciao Leute! Nach diesem Continue. Ciao! 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 !